Hallo zusammen, mein Name ist Oliver Wiech, ich leite bei AMG die Fahrzeugbaureihenentwicklung und möchte Ihnen heute unser neues Baby vorstellen. Kommen Sie mal mit. Und hier ist er, der neue AMG E63, der tatsächlich vier Weltpremieren in sich beherbergt. Die erste ist natürlich das Fahrzeug, das zweite ist der Motor, das dritte das Getriebe und das vierte der neue innovative AMG Allradantrieb. Schauen wir uns den Motor mal genau an. Der 4-Liter-Bitobo-Motor von AMG ist in zwei Leistungsstufen im E63 erhältlich, nämlich mit 571 PS und 750 Nm im E63 und ganzen 612 PS und 850 Nm im E63 S. Kommen wir zur vierten technischen Weltpremiere des E63, der AMG Allradantrieb, 4MATIC+. 4MATIC+, bedeutet vollvariable Allradantrieb, stufenlos variierbar zwischen Vorderachse und Hinterachse, zwischen 50% Vorderachse, 50% Hinterachse bis zu 0% auf der Vorderachse und 100% auf der Hinterachse. Nun, was bringt das alles? Das bringt vor allem Traktion und Spurtreue. Und Traktion in Zahlen ausgedrückt heißt Beschleunigung des E63 S in 3,4 Sekunden. Das sucht seinesgleichen im Wettbewerbsset. Sound ist für jeden AMG ein sehr wichtiges Feature und natürlich für unsere Kunden. Dafür haben wir extra eine Sportabgasanlage entwickelt für den E63. Diese beherbergt drei vollvariable Abgasklappen und damit lässt sich der Sound von leise, komfortabel bis zu aggressiv, sportlich einstellen. Auch natürlich über die AMG Fahrprogramme. Und jetzt starten wir das Gerät. So, das waren die Highlights des neuen E63. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und bis bald! Ich habe das Gerät. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020